Gehe zu dem Ort, wo die Geisterbeschwörung stattfinden soll. Irgendwo an einem Strand, glaube ich. Ja, das habe ich nämlich auch so ein bisschen durch ein paar Lore-Videos, die ich nebenbei mal geguckt habe manchmal, vor allem ganz cool von Ashikai, mit in Erfahrung gebracht, zumindest meine ich mich da so daran erinnern zu können, dass in Tava tatsächlich der Mond immer gleich aussieht und auch immer die gleiche Hülle und Fülle hat. Also es gibt keinen Abnehmenden, keinen Zunehmenden, es ist immer der gleiche, ganz genau der gleiche. Ja, das ist ein paar Mal. Aber es ist die Frage, wenn ich mich da so an, wenn ich mich da so an, dass es das Geisterbeschwörung ist, das kann der Geisterbeschwörung der Geisterbeschwörung sein. Die Wahrheit ist wirklich? Aber hier ist das sehr gut. Das ist das Ganze, die Geisterbeschwörungstheorgen. Ich verstehe, was ich nicht so richtig ruckab. Ich habe meine eigene Gute Stube. Ich habe meine eigene Gute Stube. Ich habe meine Gute Stube. Ich habe meine Gute Stube. Ich habe meine Gute Stube. Ich bin echt so gefährlich. Ach, stell dich nicht so an. Das wird schon nicht so schlimm sein. Oh, ich wollte nochmal lesen. Geheime Beschwörungskammer. Die von Yaimiko ausgewählte Stätte für die Beschwörung. Man munkelt, dass dies der Ort mit den höchsten Erfolgsquoten für eine Beschwörung ist. Was brauche ich dafür? Elektro, ja gut. Elektro. Dann machen wir doch das. Ich wollte ja sowieso das Team wechseln. Suche nach Hinweisen in der Geisterbeschwörung. Das können wir ja Yaimiko mal ausprobieren. Nice. Oh. Raku-Sai, der Name sagt mir irgendwie was. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ich würde mal gucken, ob ich hier eine Kiste oder so übersehen habe. Raku-Sai. Das klingt irgendwie so ein bisschen wie, ich weiß gerade nicht mehr, wie dieser Schmerzschmied aus Inuyasha hieß. Der hatte auch irgendwas mit Sai am Namen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe was mir da. Ich mache das so ein bisschen. Um es in der ersten Hübe, der mit Raku-Sai. So, diese Schmerzschmied aus der Station. Das ist das Schmerzschmied aus. Das ist die Schmerzschmied. Jock, ich habe hier einen Schraub. Äh... Ah... Okay, die Gravitation scheint hier nicht so zu funktionieren wie sonst. Okay, hier kann ich runter, aber hier hinten war da auch noch was, oder? Da ist noch eine Kiste. Aber hier komme ich noch nicht weiter. Ja? Ja? so habe ich nicht drei lampen schon aktiviert war ich der meinung hier komme ich immer noch nicht weiter da hinten muss ich hin frage ist wie komme ich dahin ich muss ich wieder hochkriegen ja ja runter doch die tschulden nein koh-i-to-fisch So, das war glaube ich jetzt Nummer 3. Jetzt brauchen wir noch eine irgendwo her. Da geht's hoch. Hier ist es sonst nicht noch da. Dürfen wir doch nicht die Dämmerfrucht noch vergessen hier. So. Wie komme ich denn jetzt am besten... Ach, da oben ist die. Wie kriege ich die denn am besten runter? Ich und meine Orientierung. So, irgendwo muss ich hier reinkommen. Aber wo komme ich da irgendwie... Hier können Wände verschoben werden, wenn ich das glaube ich nicht sehe. Warte mal. Ah. Hallo. Das war's für mich. Das war's für heute. Hier scheint aber sonst nichts mehr zu sein, denn einmal die Kiste und einmal die Plattform und dann müssten wir es haben. Das ist ein Schwerpunkt, die wir sehen, und dann kam die Tür. Das ist ein Schwerpunkt, und ich bin sehr fasziniert. Das ist das, was das für einen Ort? Das ist ein Wettbewerb. Äh... warum? Ähm... Mhm. Ja, wenn du das sagst, was muss ich denn tun? Das ist ein Mal, wenn du das hier anstattest. Es ist einfach so schön, wenn du das hier anstattest. Das ist sicher, dass du den Tag nicht so schnell kam. Ja, dann bin ich. Oh, das ist ein Mal. Oh? Hilf mir Kapitel 4 zu schreiben. Oh? 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 Das ist das Wichtigste, dass ich das Wichtigste anbieten kann. Ich will auch noch einen Schleuch schreiben. Was ist das Wichtigste, wenn ich diese Zeit habe, die Schleuchte sind? Ich habe es geschafft! Du bist der Schleuchte der Schleuchte der Schleuchte. Was ist das, was du in der Bibliothek geschrieben hast, was du in der Bibliothek? Oh, ich verstehe. Ha, ha. Wenn du, wenn du das Gefühl hast, was du für mich zu holen? Was du das? Was ist das, was ich? Ich denke, es ist sehr schön, was ich? Oh? Ich fühle mich nicht so stark aus dem Körper. Gut, das ist wirklich schön. Wenn ich diese Kraft habe, dann kann ich mich nicht behalten. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist nicht so, dass ich mich nicht so verabschiedetze bin! Miko, bitte bitte! Miko! Ja, das ist ein Spaß, okay. Hahahaha Hahahaha 右手は atrocにはいたった - 記憶? 無僧にも記憶も元々血脈から来る同種のものじゃ Er ist ein Gehirn, oder? Ich bin so schnell, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Das war's für mich. Das war's für heute. aber ich habe gar nicht so falsch Was ist das, was ich hier was, was ich mit den Menschen verwendet? Ich glaube, dass wir die Arbeit des Nations und die Arbeit haben. Das ist das, was ich. Ich glaube, dass ich mich für Menschenparteise beten. So, das ist es. Ich weiß, dass ich meine Kinder auch will. Ich weiß, was ich auch so. Ich habe auch so einen solchen Gedanken gemacht. Dann, Ochibi-chan, nicht so viel Angst. Die Frau ist oft aufzuhren, aber ich bin ein Kuss für einen Kuss. Ich bin kein Kuss für einen Kuss, Ura-Kuss. Ich bin der Nase geschrieben, die ich noch nicht so gut bin. Ich bin so ein bisschen so ein bisschen. Ich bin so ein bisschen zu traurig, wenn ich mich so interessiert habe, dass ich mich so interessiert habe, dass ich mich so sehr interessiert habe. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.